Der CSU-Parteitag ist immer legendär und wir haben einen Arbeitsparteitag, wo wir vor allem Themen aufrufen, die uns in das Zeitalter von Bayern 5.0 befördern, nämlich zum Thema Wirtschaft und Handel, zum Thema Steuern und Finanzen, zum Thema Bildung und Integration und zum Thema Außenpolitik und Europapolitik. Und ich freue mich drauf. Wir haben tolle Gäste mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit Jean-Claude Juncker und natürlich der Höhepunkt, die Rede unseres Parteivorsitzenden. Dann viel vor, was die Parteiorganisation betrifft, damit auch das politische Unternehmen CSU sich weiterentwickelt und darauf freuen sich über 800 Delegierte und hunderte von Gästen.